Ja ja, gut, kommen wir wieder in den Finken proper an. Es ist natürlich crazy shit, dass wir uns eigentlich tot sind. In dieser Welt. Was hast du denn, Elisabeth? Was guckst du denn so? Okay, das sind jetzt erstmal keine Gegner mehr. Hab ich grad gesagt, dass es keine Gegner mehr hier sind. Warte mal, hier ist noch eine Ladung. Neues Dings, meine ich. Cool. Fursterchen. Ja, ja, okay, rechte Maustaste wieder. Was ist das? Was ist das? Cool. Ja, ja, okay, rechte Maustaste wieder. Hammer schon ausgerüstet, das können wir gleich mal ausprobieren. Scharfschütze, da drüben! Oh. Oh. Cool, das ist jetzt markiert. Hallo. Wow. Nice. Genau. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. What? Da. Frachthaken. Ich lege dich um. Lol. Ach, ich werde da auch hin teleportiert. Das ist ja nice. Also. Ich werde da so hin transportiert. Moment. Nur die Ruhe. Alles in Ordnung hier. Ja, wow. Was bringt mir das jetzt so? Gar nichts. Außer, dass ich hier nicht wieder wegkomme. Also. Doch, ich komme weg. Was hat der hier drinne? Immerhin. Hier ist etwas Geld. Wer damit. Leute. Nein. Ah, ja, ja, ja. Alte Schnauzgepenner. Monument Island ist eine verdammte Geisterstadt. Anscheinend hat man sie fortgebracht, als man von meiner Ankunft erfuhr. Ein alter Freund sagte mir, Comstock hat sie in seine Festung verlegt. Deine Einzelkämpfe. Deine Einzelkämpfe. Ich bin auswesend auf G gekommen. Plus hier die Burstwaffe. Der Job damit kaum mitzustimmen. Ach so. Also der Witt. Was jetzt? Was jetzt? Erstmal zurück zu Chen Lin. Tja. Wir haben es geschafft. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Naja, so möchte ich bis zu glaube ich auch nicht, oder? Ich glaube. Oh fuck. Sorry, sorry, sorry. Was soll ich eigentlich hier immer nicht verbrauchen? Das machen die doch eh alles. Was hat denn alles? 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 Ich schätze mal, das wird sich irgendwie noch wenden. Was hat denn? Oh? Wo? Was ist denn da? Der quaal. Oh. Scheiße. Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Ah ja. So, kann ich euch mal helfen? Oder auch nicht? Wow. Ja, zu Stakes. Was? Boah, der will nicht verzieht, ey. Nein, entkommen. Noll. Den da, los. Oh, klar. Wokse, hä? Wokse, hä? Ja, ja. Wow, Alter Vater, was kümmert euch mal da links rum? Zu spät mein Freund, ich bin schneller. Oh Gott, die sind nicht mehr aufzuhalten. What the fuck? Äh, wie denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind voller Liebe. Wir lieben alle, die wir uns lieben, aber wir lieben keine mit uns nicht. Wir sind für uns, solange man uns gegenüber friedlich ist. Aber das entgeht unserem geschätzten Mr. Pink. Darum bleibt uns keine Wahl, als statt Werkzeug nunmehr Steine in die Hand zu nehmen. Ja, hier ist doch offen. Ja, wie krieg ich denn den Scheiß jetzt? Ey, wie kommst du da drüben hin? So, hör. Das ist mir gerade total verpackt und ich habe auch gleich die Lecks. Oha, 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 oha. Wollen wir durch einen Scheiß Luftschiff runterholen? Na dann. In Ordnung. Hm. Hä? Raketenautomat. Ah. Nee, also irgendwie. Das macht doch gar nichts, oder? Ja, das ist heute auch. Aua, 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 aua. Wo sind denn alle Leute hin? Warte mal, ich muss hier hoch, wa? Oha. Ah. Ach, komm mal her. Ich wollte runterholen gesagt. Wow. Ah ja, komm mal her. Ein bisschen Zuckerwatte. Tschüss. Und bis bald. Hallo, mein süßer. Na, wie geht's dir denn so? Na? Ich komm gleich zu dir. Ich kümmere mich gleich um dich. Nicht weinen. So. Gehen wir jetzt endlich mal... Ich verfehle nie mein Ziel. Denn ich stehe durch die Augen des Tropfen. Gnade. Gnade, ja. Gib ich dir nicht. So. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. So. So. Moment. Was sagst du, der Antrieb? Ne. Okay. Unser Faust liegt hier. Können wir uns mal. Aber... Da hinten. Da hinten, wa? Maschinengefähr. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Ja, ist ja gut. Ja, ja. Wir müssen das noch runterholen, sagen. Langsam ein bisschen ausgeluscht, der Witz. Ich will ja nur gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Yeah. Logisch. Und jetzt runter von dem Ding. Äh. In die Freiheit. Wow. Ja, was so? Suchen wir Daisy in der Fabrik. Ist ja überhaupt hier lang, ne? Yay. So. Komm mal dann. Let's go. Fitzroy Blut sehen. Eine steht da. Die waren... Oh, eine Halt fest. Entweder sie oder finkt, wird den Sonnenaufgang nicht erleben. Blum. Sprachprobleme schon wieder hier. Ähm. Ich würde sagen, bevor wir weitergehen, beende ich diese Aufnahme. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute.